ein legitimer nachfolger von günter netzer ein freistoß kunstschütze real madrid trifft das wollen wir uns noch mal anschauen exzellent verwandelt dieser direkte freistoß also wenn der freistoß schütze so präzise arbeitet da gibt es eben nichts zu halten das ganze jetzt noch mal von einer anderen kamera eingefangen danke an die regie ja